Christian Lell ist ein Fußballspieler mit deutscher und österreichischer Staatsangehörigkeit. Karriere, Vereine, Beginn Vom heimischen Verein FC Alemannia München gelangte Lell 1998 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München, bei der er drei Jahre lang weitere Jugendmannschaften durchlief. 2001-02 gehörte der rechte Außenverteidiger zur Amateurmannschaft und absolvierte in seiner ersten Saison im Seniorenbereich zehn Spiele in der Regionalliga Süd. Sein Debüt endete am 18. November 2001 mit der 0 zu 2 Heimniederlage gegen Eintracht Trier. Nach zwei weiteren Spielzeiten, in denen er sich in der Amateurmannschaft weiter behauptete und zu 51 Einsätzen kam, absolvierte er in der Saison 2003-04 seine ersten vier Kurzeinsätze in der Profimannschaft des FC Bayern. Sein Bundesliga-Debüt fand am 4. Oktober 2003 beim 4 zu 1 Sieg im Heimspiel gegen Hertha BSC mit seiner Einwechslung in der 84. Minute für Michael Ballack statt. Auf Leihbasis für eine Gebühr von 25.400 Euro wechselte er dann für zwei Jahre vor Beginn der Saison 2004-05 in die 2. Bundesliga zum 1. FC Köln, in der er eine enttäuschende Saison erlebte. Nach der 2 zu 4 Niederlage am zweiten Spieltag in Burghausen schloss ihn der damalige Trainer Hub Stevens aus der Mannschaft aus, so dass Lell auf lediglich 16 Einsätze in der Saison kam. Allerdings erzielte Lell beim Rückspiel gegen Wacker Burghausen ein Tor. Darüber hinaus absolvierte er acht Spiele für die Amateurmannschaft in der Regionalliga Nord und 2 im DFB-Pokalwettbewerb. Nach Rückkehr der Kölner in die Bundesliga zur Saison 2005-06 erhielt Lell insbesondere in der Rückrunde, in der er zur Startelf gehörte, deutlich mehr Einsätze. FC Bayern München Zur Saison 2006-07 kehrte Lell zum FC Bayern München zurück und kam zwölfmal im Kader der Profi und achtmal im Kader der Regionalligamannschaft zum Einsatz. In der Folgesaison erarbeitete sich Lell, bedingt durch den verletzungsbedingten Ausfall von Willis Agnol und der Formschwäche anderer Mitspieler, einen Stammplatz bei den Bayern. In seinen 29 Einsätzen gelang ihm auch sein erstes Bundesliga-Tor, das er am 6. April 2008 zum 3 zu 1 entstand im Heimspiel gegen den VfL Bochum erzielte. Des Weiteren spielte er dreimal im Liga-Pokal, fünfmal im DFB-Pokal, wobei er zum 5 zu 4 entstand im Elfmeterschießen beim Regionalligisten SV Wacker Burghausen traf und elfmal im UEFA-Pokal, in dem er beim 6 zu 0 Sieg über Aris Saloniki ein Tor erzielte. 2008-09 spielte Lell 20 Mal im Punktspielbetrieb, zweimal im nationalen und sechsmal im internationalen Pokalwettbewerb. Presseberichten zufolge gab der englische Erstligist Stoke City am 1. September 2009 kurz vor Schließung des Transfermarkts ein Angebot ab, Lell verpflichten zu wollen. Dabei soll Lell dem Wechsel ablehnend gegenüber gestanden und letztlich verhindert haben, da er bis zum Ende der Frist unerreichbar gewesen sei. Lell selbst dementierte dies später und gab an, das Angebot habe es nicht gegeben und er wäre gerne in die Premier League gewechselt. In der Hinrunde der Saison 2019 hatte der neue Cheftrainer der Bayern, Luis van Gaal, keine Verwendung mehr für ihn, so dass Lell lediglich ein Spiel für die Drittligamannschaft bestritt. Das Spiel am 9. August 2009 endete beim FC Carl Zeiss Jena mit einer 0 zu 6 Niederlage und für Lell bereits in der 38. Minute er erhielt die rote Karte. Hertha BSC zur Saison 2010-Elftel wechselte Lell zum Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Sein Vertrag lief zunächst ein Jahr bis zum Ende der Saison. Mit dem sofortigen Wiederaufstieg der Berliner verlängerte sich dieser um zwei weitere Jahre bis 2013. Das Debüt für die Berliner gab Lell am 14. August 2010 in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs beim 2 zu 0-Auswärts-Sieg gegen den SC Pfohlendorf. Bei den Berlinern war er Stammspieler. Im Januar 2012 verlängerte Lell seinen Vertrag um weitere drei Jahre bis Juli 2016. Da jedoch der für die Folgesaison verpflichtete Trainer J.O.S. Luhukai nicht mehr mit Lell plante, wechselte er nach Spanien. Nach den Vorfällen beim Relegationsrückspiel bei Fortuna Düsseldorf am 12. Mai 2012 wurde Lell wegen Beleidigung von Schiedsrichter Wolfgang Stark. Nachspielende vom DFB-Sportgericht für fünf Spiele gesperrt Ud. Levante. Zur Saison 2012-13 wechselte Lell ablösefrei zum spanischen Erstligisten Ud. Levante. Sein Liga-Debüt absolvierte er am 27. August 2012 bei der 0 zu 2 Niederlage im Auswärtsspiel gegen Real Valadolid. Sein erstes Ligator erzielte er am 2. September 2012 beim 3 zu 2 Sieg im Heimspiel gegen Espanyol Barcelona mit dem Treffer zum 2 zu 2 in der 56. Minute. Der Verein einigte sich im Januar 2014 mit Lell auf eine sofortige Vertragsauflösung, TSV Bayern. Lell schloss sich zur Spielzeit 2015 16. in der bayerischen Kreisklasse Zugspitze 2 dem TSV Bayern an. Sein Debüt gab er am 3. Oktober 2015 beim 1 zu 1 unentschieden im Auswärtsspiel gegen die SG Miesbach, ASV Miesbach. Sein erstes Tor erzielte er am 11. Oktober 2015 beim 3 zu 1 Sieg im Heimspiel gegen die SF EGLING. Nationalmannschaft mit dem Wechsel in die Jugendabteilung des FC Bayern München begann Christian Lells Zeit als Junioren-Nationalspieler. Seit seinem Debüt in der U16-Nationalmannschaft gegen die Türkei wurde er auch für die Nachwuchsnationalmannschaften der weiteren Altersgruppen nominiert. Am 29. November 2003 gab Lell mit der Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein Debüt in der U20-Nationalmannschaft. Nach drei Einsätzen in den jeweiligen Gruppenspielen schied Deutschland aus dem Turnier aus. Beim 2 zu 1 Sieg über die Auswahl Italiens am 18. Februar 2004 trug er letztmals das Trikot der U20. Am 17. August 2004 spielte Lell das erste Mal für die U21-Nationalmannschaft. In Celle wurde die litauische U21 mit 2 zu 0 besiegt. Beim 5 zu 3 Erfolg über Serbien und Montenegro am 7. September 2004 in Dessau spielte er das letzte Mal im Nationaltrikot. Anfang November 2010 bekundete Lell sein Interesse für Österreich zu spielen. Am 16. November 2010 gab der UFB bekannt, dass Lell nicht für die Nationalmannschaft von Österreich spielberechtigt sei, da er bei seinem ersten Pflichtspiel für Deutschland im Nachwuchsbereich noch nicht im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft war. Erfolge Deutscher B-Juniorenmeister 2001 Deutscher A-Juniorenmeister 2002 Zweitligameister 2005-2011 Ligapokalsieger 2007 Deutscher Meister 2008 2010 DFB-Pokalsieger 2008-2010 Sonstiges Christian Lell kam im Jahr 1984 als Sohn einer österreichischen Mutter und eines deutschen Vaters in München zur Welt. Er besitzt beide Staatsbürgerschaften. In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 2007 wurde er wegen eines handgreiflichen Streits mit seiner Freundin von der Münchner Polizei vorläufig festgenommen. Er wurde nach einem Verhör in Anwesenheit seines Anwaltes wieder entlassen. Lell war dabei alkoholisiert, beschimpfte die anwesenden Polizisten und leistete Widerstand. Er akzeptierte später die Zahlung einer Geldstrafe von 100.000 Euro wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Lell-Schwester litt an der Stoffwechselstörung Muković-Sidose, an der sie 2014 starb. Das war für den Fußballer der Anlass, 2009 die Christian Lell-Stiftung zur Bekämpfung dieser Krankheit zu gründen und als Startkapital 100.000 Euro bereitzustellen. Nach seinem Engagement bei UD Levante entschied sich Lell, auf seinem Tröcke nicht seinen Nachnamen, sondern die Kurzform seines Vornamens Chris zu tragen. Lell ist in der von ihm gegründeten CL-Gruppe tätig, die sich mit Immobilien, Yacht, Charter und Sportberatung befasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017